Sollten wir hier jetzt mal meine Schnauze haben? Läuft halt. Nein. Ah, keine Ahnung. Sie war schon gefühlt schlimmer, keine Ahnung. Also vor ein paar Jahren oder sowas. Wahrscheinlich, weil da einfach 20 Leute da waren, jetzt nur 6. Achso, hier war ich gerade schon. Wie lange sind wir eigentlich schon dabei? Wir sind jetzt schon 1 Stunde und 2 Minuten. Wut? Fuck, Alter. Wir haben gerade alle da bestunken, gell? Jo. Voll leck, schon wieder leck gehabt. Ja, ich auch ganz kurz, eben gerade mal abbauen. Wow, Alter. Aber ich nehme gerade auch noch, ich bin gerade... Ich bin gerade ein bisschen, nicht nur die Seitenwände, gerade ein bisschen mit. Ich habe Bock drauf. Ja, wahrscheinlich so deine Seitenwänden schlummern, so die hast keinen Bock drauf. Und den Seitenwänden glaube ich ja nicht. Redstone. Ich bin auf der ganzen anderen Seite. Ja, dann ist recht nicht. Okay. Hier ist Erde, hier habe ich keinen Bock zu graben. Oh, ich habe gerade einen Eisenblock geblendet, ey. Oh, Redstone. Aber ich finde auch immer irgendeinen Schrott in den Seitenwänden. So ist es nicht. Aber ist halt nicht Diamanten, aber... Aber jetzt ist gerade voll, voll viel, Mann. An Erde irgendwie. Ja, Erde fängt ein bisschen ab immer. Musst du immer das Dings wechseln, immer das Werkzeug wechseln. Ich habe gar nicht Hoffnung dabei. Ich schon. Oh, Lapslazuli. Oh, Papa hat das Maul, ey. Entsprechend, deine Armut kotzt mich an oder so. Was? Deine Armut kotzt mich an? Lass mich nicht. Ja, hat mein Vater gerade gesagt. What the fuck, Alter. So, als wäre es doch voll reich, Alter. Wäre ja nicht mehr hier. Ja. Du meinst, in dem Wohngebiet? Ja. Das ist doch easy, Alter. Boah, ich will hierbleiben. Ist doch gechillt, Alter. Ich will halt das Haus komplett abbezahlen. Ja. Locker easy. Locker easy, Alter. In the side of the life, Alter. What a leg. Yo. Man, wenn die lachen, eskelieren die total, Mann. Und ich glaube, sie würden mega Lachflash kriegen, so wie wir letzte Woche von, oder diese Woche von... Okay. Okay. Ja, ja, das hast du erst gefallen. Du musst die Folge noch schneiden, Alter. Ich mich schneide hier aber auch wirklich schnell, das ist doch wirklich rein, Alter. Marcel und ich haben gehofft, bitte mach das. Das war so awesome einfach. Ja, aber... Ja, aber... Ich muss mir noch irgendwas kreatives überlegen. Das hat so krasses Problem bis hin. Also, ne, das ist... Ja, aber du machst das schon. Überleg mir da irgendwas. Oh, Eisen in der Seite, Mann. Sehr gut. Also, wenn wir wirklich die Zeit dazu hätten, einfach bei jedem okay war, was wir sagen, dann den Nigger da einblenden, Alter. Aber das kann man ruhig schon... Das kann ich schon in der Folge machen. Also, ne, das geht ja nur... Überleg, Alter. Weißt du, wie oft wir das gesagt haben? Ja, man kann schauen. Also, wenn du das machst, Respekt, Mann. Aber ich muss eigentlich noch Dings, Mann, eigentlich muss... Eigentlich hab ich noch ne Idee, aber das ist... Dafür hab ich nicht die Skills, glaub ich. Aufpassen, hier hinten ist Lava. Da, wo ich vorne bin. Ich bin ein bisschen vor dir. Ja, ich hab hier gerade noch Eisen abgebaut im Seitengang. Alter, fick dich Erde, Mann. Deine Mama ist auch Erde, ey. Oh, irgendwas. Hab diesen komischen Stein. Wenn der Stein länger zum Abbauen braucht, weißt du auch, dass der Dings rauskommt, ne? Nein, ich hab dieses Andesid. Da ist ne Menge davon. Ist ja öfter mal möglich, leider. Ich hör auch Lava, ja. Oh, Lava. Und Leg. Jo, ich auch. Alter, hast du da genau vorbeigebottelt an dem Lava? Ich seh die, die ist direkt neben mir, ey. Bei mir nicht. What the fuck, Alter. Lucky. Aber hier sind zwei Eisenquellen bei der Lava. Oh. Oh. Aber ich muss dafür ein bisschen bauen, weil wir ja noch keine Wassereimer haben. Und hier ist was zurückgeleckt, weil es halt schon ein bisschen gefüllt. Echt? Ja. Echt? Aber ne, dann werde normalerweise ja auch ich zurückgeleckt und nicht nur meine Wege. Von daher passt das wahrscheinlich. Trotzdem kriege ich dann einen größeren Herzinfarkt als sonst. Hm. Na gut, haben wir ein bisschen Eisen gefunden. Aber keine Dias hier. Jedenfalls nicht sichtbar. Hol' ich mich mal so weiter. Jo, Bug wieder zurück. Ah, ich bin schon nichts weg von der Lava, zum Glück. Oh, Eisen. Ähm, das hier reicht schon, ne? Elf, ja. Kann ich denn, dass ich alle zehn Minuten, die ich den Server neu erstatten muss? Also, gefällt mir. Ja, boah, und dann halt zwei Minuten lang und dann fängt es wieder zu legen. Ja, es hat eigentlich, es hat schon ein bisschen länger was geholfen. Aber jetzt ist es grad schon wieder am nerven. Wahrscheinlich werden wir die ganze Zeit irgendwie neu, weil wir die ganze Zeit nach vorne laufen. Die ganze Zeit neue Junks generieren, ja. Wahrscheinlich da irgendwie jetzt Probleme oder so. Mal schauen, Alter. Ich bin mal gespannt, wann die neue, also, wann der erste Fix kommt. Ich bin mal gespannt drauf, wann Mojang die 9-1 raushaut. Also die 0-9-1 raushaut. Äh, 1-9-1. Oh, fuck, fuck, fuck. Geh runter, geh runter. Schwimm runter. Was ist denn, ein bisschen Wasser oder was? Ich habe ja Besuch. Ja und, ist doch egal. Platz stehen. Der zugebaut. Oh, langweiler. Alles voller Wasser da oben. War es eine Höhle oder was? Oder ein Riss oder was? Eine Mini-Höhle, aber halt mit einem Skalett als Gast. Ja und? Geh da hoch und raide. Das macht man mit einem Höhle. Das macht man mit einem Höhle. Hätte aber fast ein Herz. Ja, wow. Und wenn du im Wasser bist, wirst du eh von dem die ganze Zeit zurückgeschleudert. Wir bräuchten ja letztendlich, wir müssen uns eigentlich auch mal einen Bogen machen, weil das ist easy. Alter, wie tief gibt es denn hier runter? Was? Eine Quelle oder was? Gold und Eisen und Cola. Aber wir fehlen mal wieder die Diamanten. Wir suchen die schon wieder drei Stunden, ohne Diamanten zu finden. Das Wasser tropft von oben durch. Aber ist mir egal. Tatsächlich, wir haben jetzt schon inzwischen genug, also nicht genug, aber wir haben auf jeden Fall erstmal Eisen, weißt du. Willst dir es haben? Hier ist nochmal Eisen jetzt, geil. Oh, what the fuck, wie lange die Eisen schon wieder geht. Oh, geht. Gar nicht so viel, doch geht. Ding, ging, ging. Wie lange wollen wir eigentlich noch haben, Pierre? Ich geh mal gleich kurz hoch und hol mal ein Wasser ein, Alter, dass wir... Wieso gleich hoch anleffen, wenn wir dann eh... Stimmt, ich hab eigentlich noch keinen Dias für Opa drauf. Wir haben jetzt gar nichts mehr. Wir brauchen unbedingt nochmal Dias jetzt, Alter, sonst können wir uns nicht mal ein Nether-Portal machen, weil wir keine Diamantspitzsacke haben. What the fuck, kurz. Das ist Rückblick, ja. Boah, komm jetzt. Ich will es. Mama! Nächste Eis... Oh, ich hab keine Eisenspitzsacke mehr. Wow, alle im Arsch. Drei Stück. Nice. Gigi Anderson. Ich hab noch nicht mehr irgendwas dabei. Heißt, ich geh jetzt nach oben. Ich hab noch eine und dann noch eine. Ja, du brauchst die doch selbst, oder? Ja. Ich hab noch eine, die fast kaputt ist und dann hab ich noch eine volle. Ja. Brauch ich die selber, ja. Ja. Also geh ich nach oben. Kann man aber auch gleich, ey. Die Farben kann ich mir auch keine Lust mehr grad. Aber ohne Dias ist halt ein bisschen nervig, können wir nicht mal einen Nether jetzt oder sowas machen. Irgendwas cooles können wir nicht mal mehr machen. Ja. Wir können jetzt in der Farben das mal ändern und dann können wir das mal ändern trotzdem nicht. Ja, ich war erstmal, weil wir halt eben Dias brauchen jetzt noch. Wir haben uns erstmal zwei Brustplatten gemacht. Das ist aber eigentlich keine schlechte Idee. Von der Rüstung her und so weiter und so fort. Ist auch wirklich keine schlechte Idee, aber... Ich komm hier nicht raus, weil du hier einen Block gesetzt hast. Geil. Ich nicht in den Gang komme. Muss ich mit der Hand abbauen, Alter. Nicht dein Ernst, oder? Natürlich, ich hab nix mehr. Wo bist du denn? Ja, ich hab erst mit der Hand abgebaut. War nur ein Block, zum Glück keine zwei. So. Boah, da sind die Gänge weit. Demnächst bauen wir dann mal die andere Rüstung oder so. Kein Bock mehr, es ist zu lang, ey. Muss zwischendurch essen, weil mein Typ sonst... mein Typ so schnell Essen verliert. Ja. Alter, wie weit haben wir denn gebuddelt, Mann? Sehr weit, ja. Und ich bin... Guck mal, wie viel ich früher prozentual zu dir losgelaufen bin. Und wie weit, dass ich jetzt immer noch nicht da bin. Oh, jetzt bin ich da gleich. Jetzt bin ich in unserem Hauptgang. Ja. Jetzt. Genau. Jetzt. Nice. Ich hab aber auch gar nicht so viel. Ich hab dreieinhalb Stacks Redstone, hab zwei Stacks und 15 Kohle und hab fast einen Stack Eisen. Ich hab viereinhalb Stacks. Was? Eisen? Ja, Eisen, genau. Ja, gut, träumen darf er mal, ne? Hier oben brennt immer noch irgendwas. Achso, ne. Ist nur einfach. Ist auch noch Eisen drin. Wir haben jetzt 19... Alter, okay. Eisen wird fast ein Stack gebrannt schon. Erstmal wieder ein paar Spitzhacken machen. Das Redstone fackt mal ab. Moment. Mal kurz so... Das ganze Redstone grad rausgenommen, mach das mal direkt zu Blöcken, ey. Ne, wie machen wir das denn zu Blöcken? Achso. So. Ein ganzes, einmal alles voll, ja. So. Und jetzt einmal aufteilen. Zack. Wenn du die mit der... Wenn du mit der linken... Wenn du auch mit der... Kannst du... So, ja. Alles füllen, ja. Mann, Digga. Ja, komm auch mit der... Alter, okay. Error Executing... Die scheint wirklich noch nicht ganz so fehlerfrei zu sein, halt die neue 1.9. Weil ich wirklich immer noch jetzt so Executing-Task-Quäler in der Konsole grad sehe. Ich nicht. Ich nicht. In der Konsole. Achso, in der... Nigger. Nigger. Das ist doch cool Blöcke oder was. Ja. Was ist denn los? Ja, doch. Spart Platz. Ja, dann würde ich bald auch platzen. Ein Herz. Wow. Zwei Herzen. Alter, übertreib halt. Ich hab noch 5 oder sowas. Ich will mal... Ich will mal ein Dings kaputt machen, Mann. Ich werde... Achso, du Nigger. Ich hab keine Sticks dabei, Mann. Hör mal auf, Mann. Ich hab nicht mehr so viel. Ich hab nicht gegessen. So. Dann press mal, du Nigger. So. Dann press mal, du Nigger. Alter, what the fuck? Komm, mir ist nur so vorne, treff ich dich manchmal. Der End ist kaputt. Geht doch. Meins ist immer noch nicht kaputt. Meins hat noch... 18 Schläge. Eins. Zwei. Wo siehst du das? Äh... Durability. Hab ich nicht. F3 und H musst du drücken. Dann siehst du die Durability. Noch... Ne, Moment. Noch? 12. Also, ich sterbe. Okay, dann warten wir mal kurz bis hier. Folge halb. Das dürfte nicht so lange dauern mit der 1 von 9. Mach. Aber du machst doch immer nur so kaputt, Alter. Egal, Alter. Zieh deine Diabrost aus, Mann. Alter, ich bin gleich tot. Tja, gut.